Kam da grad ein Bier an! Kannst du noch ein Bier? Ex, 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 ex! Feuer den Mann, Feuer den Mann! Wo, 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 wo! Let's go! Boah, der war auf, der war auf Krampf. Dominik Gries meint das. Es tut mir so krass leid für alle, die uns hier gerade nicht kennen. Würdest du sagen, bis jetzt eher so Daumen nach oben, Daumen nach unten? Ja, ja, das war so. Sorry.